Musik Schau einmal die Kellmaster. Ja, schau. Mit einem richtig hochwertigen Grill, ohne Kanten. So wie man es braucht. Kippsicher und weit entfernt vom Kellmaster. Streichhölzer und Feuerzeug sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufgebaut werden. Man darf auf keinen Fall Spiritus verwenden. Und nicht nur für den Geschmack, sondern auch damit sich das Fett nicht entzünden kann, empfiehlt Grillmeister Karpfinger ein Grillschelchen aus Metall oder aus Aluminium. Wenn es einmal mehr brennt, als es soll, entweder mit dem Feuerlöscher löschen oder noch die bessere Variante ist die Löschdecke, die haut man 3 und 2 Jahre weg. Da haut einfach ein Knie Wasser drauf. Ja, kein Wasser, weil mit Wasser gibt es eine Stichflamme und das ist ganz gefährlich. Wie das ist references Zuhause? Ja? Wie geht es? Wie geht es auf немножко, heute? Wie geht es, Leute? кон Western. Wir schauen uns mal genau, wie etwasrede immer wasESE Vielen Dank.